hohen leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr diesen wazon fahrzeug skin freischalten könnt und zwar müsst ihr euch hierfür auf die seite pawn takes pawn anmelden und wenn ihr das gemacht habt leute klickt ihr auf den ersten link in der video beschreibung und hier sind nun zwei felder in diesen zwei feldern müsst ihr zwei wörter eintippen die ich euch auch in die video beschreibung stellen werde könnt ihr euch da gerne copy pasten so und dann das andere wenn ihr das gemacht habt kriegt ihr eine herausforderung abgeschlossen auf pawn takes pawn und als nächstes leute wenn ihr das gemacht habt geht ihr auf die zwei auf den zweiten link in der video beschreibung ihr müsst ihr nun sechs wörter eintippen die packe ich euch alle auf in die video beschreibung leute so wenn ihr nun alle sechs wörter eingetippt habt kommt oben wieder die herausforderung dort könnt ihr auf klick hier tippen wenn ihr das macht kriegt ihr diesen code leute diesen code gibt ihr hier unten auf den klickt ihr unten auf den link meldet euch mit eurem call of duty konto ein gibt den code ein und ihr kriegt die kostenlose fahrzeugtarnung für war so das war es mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten schon bis zum nächsten mal